Aber, Moment mal, aber, oh, es klingelt, meine Überraschung. Oh nein. Menderes. Jetzt macht euch bitte auf was gefasst. Guten Abend alle zusammen. Schön euch zu sehen. Oh, Knappi. Oh Gott. Guten Abend. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt einen schönen Abend. Wunderschön seht ihr aus. Geht es euch gut? Ja. Okay, dann Beat up. Yeah, Sarah Kay in der Haus. Die müde Mutter für euch heute. Yeah. Selbst die Marmeladen aus Kakerlaken schlagen mir bis heute so auf den Magen wie eure Fragen. Ihr könnt noch lange auf Antworten warten. Ich bleib ein Dschungelstar, egal was alle die anderen sagen. Yeah. Ich traue mich und rappe hier live. Gib mir die Ghetto-Post, baby. Everything's a good five. That's my life. Der Dschungel gehört dazu. Auf der Couch davon sitzt die andere Crew, doch kein Pass der Schuh, meine Sprüche legendär. Wo sind meine Hugels? Wo sind meine Hugels? Geht alles. Applaus, Applaus. Ja. 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 Hol mich hier raus. Zwischen all den anderen, deren halte ich es nicht mehr aus. Ich hab immer wiedersehen. Ich musste fliehen. Doch zum Schluss mal bin ich die einzig wahre Dschungel-Queen. Jetzt kannst du doch bleiben. Ich fand das wirklich auch gut, dass sie geblieben ist. Das ist auch okay. Wenn das ihre Entscheidung ist, soll sie gehen. Ist es nicht krass, wie sehr Kathi das immer noch aufreicht? Minderes, geh einfach mal und guck mal. Guck mal, liebe Kathi. Ich mag dich ja. Ich will noch was sagen. Ich kenn mich nicht aus, aber ich wollte sagen, irgendwie verstehe ich nicht die Lage. Wieso kann man nicht nach so langer Zeit einfach aussprechen, klären, dann Ende. Dann geh du deinen Weg, alles cool. Aber dann geht das nicht. Ich hab das Problem gar nicht. Nein. 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 Nein.